Das Bode wäre am Schütz in Staßfurt, hier kann die Bode in Richtung Horst und dann weiter in Richtung Staßfurt Zentrum überquert werden. Im Jahr 2019 bekam das Staßfurter Wehr eine neue Fischaufstiegstreppe, welche aber bis dato umstritten ist. Es gibt jetzt auch neue Anlegestellen für Boote, diese befinden sich jeweils vor und hinter dem Wehr. Diese Anlegestellen sollen Kanutouristen den Ein- und Ausstieg erleichtern, um das Wehr zu überwinden. Beide Anlagen ermöglichen das Einsetzen des Bootes bei verschiedenen Wasserständen. Das Bode-Wehr ist Teil des Bode-Radweges. Technisch gesehen hat es die Funktion den Wasserstand vor dem Bode-Wehr stabil zu halten, da das Sodawerk Staßfurt oberhalb das Bode-Wasser zur Kühlung ableitet. Als historischer Zeitzeuge sehr sehenswert. Danke! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020